Alles Licht aus, zwei Spots fliegen auf mich und dann ich in einem schicken engen Kleid. Sie hat viele Menschen beglückt, sie hat die Menschen nachdenklich gemacht und sie hat auch den Schmerz getroffen, den viele Menschen mit sich herumschleppen. Sie war eine Frau der Extreme. Für mich war die Inge Lady Jazz von Deutschland. Man kann mir einfach nicht erzählen, dass das deutsche Publikum so doof ist, dass es einfach nur hören will, Herz, Schmerz und dies und das. It's the wrong time and the wrong place. Wissen Sie, was Jazz ist? Nein. Heiße Musik. Was es ist? Jux, Unsinn. Ganz unverrichte, blöde Musik. Man hat dann versucht, aus ihr eine Schlagersängerin zu machen und das konnte nicht funktionieren. Sie war kompromisslos Jazz. Sie hat meine Seele berührt. Ja, danke. Du bist. O ? Untertitelung des ZDF, 2020